ich grüße euch ich habe mich ja im letzten video damit beschäftigt für den modellbau für architektur mit lasercuttern modelle zu erstellen die man zusammenfalten kann wie dieses hier wobei man dann eben in archikat verschiedene farben braucht damit ich eben einen schnitt oder eine faltkante dann ins 200 gramm papier schneiden kann um es zusammenzufalten und ein kleines häuschen daraus zu gestalten aber das wäre natürlich dann trotzdem noch viel zu aufwendig es soll ja nur um staffagen gehen und das eigentliche modell herum um die umgebung darzustellen und wenn sowas schnell gehen sollte müsste es auch zeitspaß möglich geben und deshalb habe ich hier das ganze mal als gtl programmiert das heißt wenn ich jetzt hier was ändere geht der mantel der gesamte mantel komplett mit die dachneigung ist veränderbar und dach vorsprünge dach überstände dach überstände auch hier und ich gehe noch mal ein bisschen weiter weg so die dach überstände auch hier die dach neigung kann noch mal verändert werden und sieht es auch hier herüben dann und das ganze ist komplett durchprogrammiert auch hier die dicke des daches das dann im 3d zusammengefalten wird kann ich einstellen ohne dass ich in die in die echten parameter rein muss was kann ich auch hier drinnen verstellen die dach vorsprünge dach dicke was ich eben gezogen habe eben die klebe franz breite habe ich nicht verstellbar reingegeben das könnte ich noch machen und dann eben die drei die 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 zwei farben oder drei farben eben eine schnitt linien farbe die man auch perforieren wird nur mit längeren schnitten dann perforieren deshalb damit das gebläse des lasers die papierteile nicht auseinanderbläst und perforation wo eben die faltung ist einfach eine andere farbe damit im leitbeeren dann eben anders funktionieren kann eben wenn ich hier mal die beiden farben sehe die ich damals im leitbeeren gehabt habe das schwarz wie gesagt bei meinem laser schneidet dabei 200 gramm papier mit 2000 mm pro minute und maximal 80 prozent leistung locker durch aber ich schneide immer nur drei millimeter 0,13 dass ich stehen dass es zusammenhält und ist nur mal auseinander drücken muss das das modell dann später während die faltung die blauen linien wirklich 0,2 millimeter stich 0,2 millimeter stehen lassen 0,2 mit der mit der stich und so weiter dann haben damit man es dann gut zusammenfalten kann gut ich hoffe ihr könnt was damit anfangen schöne grüße vom baller see lasst es euch gut gehen